Ich war 16, das war 2006 und ich war damals in der Lehre, in der Victorinox, die die Schweizer Taschenmesser herstellt, als Automatiker. Ich habe hervorragende Schulnoten geschrieben, war Bester meines Jahrgangs, 5,4 im Durchschnitt im erweiterten Niveau, aber ich war extrem unzufrieden. Diese starre Struktur dort, jeden Morgen Viertel vor sieben anfangen, das war irre und nebenbei noch so viel trainieren, ich war ständig übermüdet, ich bin auf der Arbeit fast eingeschlafen und ich habe einfach nur gekämpft und trainiert. Und dann habe ich an einem Turnier einen Mann kennengelernt, einen Trainer, der hat eine Schule eröffnet, ein paar Dörfer weiter, für mich eine halbe Welt entfernt, der aus so einem kleinen Dorf kommt. Und der hat mich eingeladen in sein Gym und weisst du, wenn du ein junger Mann bist, der ständig Turniere gewinnt, das passiert dir links und rechts. Aber da habe ich gedacht, komm, ich gehe da mal vorbei. Und ich bin in diese Schule gegangen und das Gym war riesig, 860 Quadratmeter, ich kann mich genau erinnern, gigantisch, du kommst rein, gerade vor dir, Cage. Links Büro, riesiger Fitnessbereich, Hochring, weisst du, mit so Meter ab Boden, riesige Mattenflächen, drei, Umkleide mit riesiger Gruppendusche, Sauna, Sanarium drin, ich so, wow. Und der Typ war unglaublich gut, ich habe so etwas noch nie hier gesehen in Europa, das war zu der Zeit unerhört, wie gut der war. Leute, die wenige Monate bei ihm trainiert haben, waren schon richtig gut. Das Niveau damals in Europa war nicht dasselbe wie heute oder in den 2010er Jahren. Und der hat mich eingeladen, bei ihm zu trainieren. Und ich habe gemerkt, so, hey, das ist mein One-Shot. Damals war Eminem mega aktuell und wie in seinem Lied Eight Miles und wie im Film, If you had one shot, one opportunity, would you capture it or just let it slip? Und ich habe gewusst, das ist meine eine Chance in meinem Leben. Wenn ich die jetzt nicht ergreifen versuche, werde ich es für immer bereuen. Ich habe meine Lehre abgebrochen, bin zu Hause ausgezogen, habe unter dem Boxring mich einquartiert. Ich hatte ja kein Geld, ich war mega jung. Ich habe nur so eine Kiste voll, so eine Harasse mitgenommen mit meinem Zeug und einfach begonnen, den Traum zu leben und einfach versucht, alles reinzustecken. Ich habe gewusst, wahrscheinlich klappt es nicht, aber zumindest, wenn ich irgendwann ein alter Kerl bin, sofern ich mal alt wäre, kann ich zurückscheinen in meinen Schalkulschul und sagen, ich habe es wenigstens versucht. Und ich habe es versucht und deshalb habe ich das so gemacht. Deshalb, ich hatte kein Geld, ich hatte nur einen Traum und die unendliche Bereitschaft, fast alles dafür zu tun. Und ich habe alles aufgegeben, was ich hatte, alles hinter mir gelassen. Familie, Heim, Lehre, Freunde, meine Heimat, alles. Und einfach unter dem Boxring zu leben begonnen, den ganzen Tag trainiert, jedes Wochenende gekämpft, die Welt bereist und Unglaubliches erlebt. Unglaubliches.